Der Spanische Verband RFEF will der Verlegung eines Erstligaspiels in die USA offenbar einen Riegel vorschieben. Die spanische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, wird der Verband die Verlegung der Begegnung zwischen dem FC Girona und Meister FC Barcelona verbieten. Der Antrag beider Vereine und des Ligaverbandes LFP, die Partie am 26. Januar 2019 in Miami austragen zu dürfen, werde abgelehnt. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf DRZN. Hol dir jetzt einen Gratis-Monat. Demnach habe der Spanische Verband dem Liga-Präsidenten Javier Tebas am Freitag einen Brief geschickt und erklärt, dass weder die Verbände FIFA und UEFA noch die spanische Regierung die Pläne unterstützen. Die Chancen, dass das Spiel in Miami stattfindet, liegen bei 0,0 Prozent, zitierte der Radiosender Cadena Coop einen RFEF-Verbandsprecher. La Liga-Spiel in den USA, Streit in Spanien eskaliert. Damit ist der Streit um die Expansionspolitik des Ligaverbandes LFP offenbar endgültig eskaliert. Zuvor hatte RFEF-Präsident Rubiales bereits den Vertrag von Liga-Chef Javier Tebas mit dem Marketing-Unternehmen relevant als wertlos bezeichnet. Dieser sieht vor, dass in den nächsten 15 Jahren zunächst je ein Spiel pro Saison in den USA oder Kanada ausgetragen wird. Nach der spanischen Spieler-Gewerkschaft AFE hatte auch UEFA-Präsident Gianni Infantino die Pläne kritisiert. Auch Real-Madrid-Trainer Julen Lopetegui sah das Vorhaben skeptisch. Ich bin nicht dafür, sagte der 52-Jährige, wir sollten alle auf denselben Plätzen bei gleichen Bedingungen spielen. Dies sorge für Gleichberechtigung aller Clubs. Mehr zu La Liga. Und nun Aprobiertigung-Gewerkschaft Skinner ist undetergen엔 417-Jährigen inconvenien